Schneller haben Sie Ihr Hartgeld nicht im Griff als mit diesem praktischen Münzbrett. Darin sortieren Sie im Handumdrehen alle Münzen von einem Cent bis zu zwei Euro. Anhand der Markierungen an den einzelnen Sortiermulden zählen Sie Ihr Geld in Sekundenschnelle zusammen. Praktisch zum Beispiel beim Kassensturz des Sparschweins oder der Geldbörse. Aber auch im Profi-Einsatz, etwa bei Veranstaltungen oder Flohmarktverkäufen, behalten Sie mit dem Brett immer den Überblick. Wechselgeld ist schnell zur Hand und Einnahmen sind schnell sortiert.